Ich bin ja mal gespannt, wie lange für Gameladen der Nachmittag ist. Nachmittag ist bis 18 Uhr. Das ist mir schon klar, aber ich glaube nicht gerade, dass ich bis 18 Uhr kriege, das ist der Punkt. Ich bin zwar am Tor, ach sehr gut, mit dem wegkicken hast du mir geholfen. Ich bin an der Mittellinie. Einer ist im Tor von denen noch, zusätzlich. Ah, der Zweite, ich bin nur bis vorne. Ich bin nicht angesagt. Hab dich schon gehört und gesehen, also alles easy bis jetzt. Er geht hoch. Nee, ich lass ihn mal. Lieber, weil ich wäre da genau so herangekommen, dass ich in den Zoo fliege. Bin hinten. Ich komme. Ah, sorry. Hab ich dich erwischt? Ja. Ja. Das war jetzt schlecht. Ich bin hinten 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 hinten. Mittelfeld. Niiiih. War ich zu spiedern weh? Ich geh ran, ich geh ran, ich geh ran. Jetzt kann ich ran gehen. Ich war in der besten Position. Ich war in der besseren Position wahrscheinlich. Ach Gott. Den zweiten kriegt er nicht aufs Tor. Sehr schön. Einer steht bei denen jetzt im Tor. Lass, 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 lass. Lass, 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 lass. Lass! Sorry! Äh, ich war vornam. Ja, sorry. Vollsetter ist immer passiert. Ich hab viermal ausgeschmied. Tut mir leid, der Weidersmann hat uns abgesnackt. Der Boost ist nervtörend. Ich bin hinter dir im Tor. Einer von denen im Tor immer noch. Ich hab ihn. Erwischt. Keiner am Tor. Keiner am Tor, sehr schön. Sehr schön. Die sind eigentlich echt nicht so wahnsinnig gut. Luke-Mate ist ein Luke-Mate. Sie hat es gerade geschrieben oder was? Hat er gerade geschrieben, ne? Sind es wieder randoms? Ne, sind es noch gar nicht. What the fuck? Oh fuck. Der war knapp. Ich bin in meinem Tor. Defensiv zumindest bin ich. Kommt ein bisschen Boost. Ein Boost. Da. Einer kommt. Oh shit, ich bin nicht im Tor. Ich wurde weggekickt. LOL, Mann. Ich wurde weggekickt. Ja, sorry. Pass auf. Schau es dir einfach. Ne, ne. Es ging nicht um, lol, Mann. Zu dir, sondern der wäre auch so reingegangen. Ja, warte. Bei solchen Dingern warten wir vor. Bei solchen Dingern, wenn die an der Wand lang kommen, warten wir vor. Unten rechts am Pfosten. Wenn er oben, wenn er in lange Eck geht, hast du den nicht. Ich dachte halt, ich krieg den da raus. Ja. Aaaaah. Bin ich im Tor? Bin ich im Tor? Er läuft schnell wirklich über uns beide. Du hast ihn da schön hingelegt. Das war... Wies. What happens? Nope. Ich hab'n Runde geholt, aber da ist einer noch. Er kommt. Ja. Ich hab'n Runde geholt, aber da ist einer noch. Er kommt. Ja. Ich nehm. In der Mittelfeld. Da? Ich lerche jetzt wieder zu zweit dort rum. Oh Mann. Oh nein. Uh. Sorry. Ich krieg's grad nicht hin, die Dinger seitlich zu erwischen. Ich hab' hier einen breiteren Wagen. Bin in der Mittellinie... Dingens, wo denn da ist? hört doch auf da oben dran zu spielen ich komme jetzt vor ich hasse es mann warum fliegen die immer so nach oben tut mir leid ach so alles klar sinnvolles matchmaking